o ne und das stimmt der hat er von Stings eingelöst hier, für 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 Huntress schau ihm einfach das Headset da freut er sich gut kann der auch bei mir machen ach du kommst da mit besser klar wie er Huntress mhm hat Betty grad gesagt ich hab sie nicht gehört, tschuldigung alles gut ich hab sie am Hintern oh die hat äh Lullabe ja ich glaub ich hab hier, ja hier brennt was Aua du oh nein das ist nicht cool tschuldigung ich dreh ja schon wieder um Aua das hab ich jetzt davon danke das nächste mal schmiere ich wieder ab mau da kannst du für mich was gerne machen, ich werd halt bloß diese Kaktur dann auch schon weg haben hast du doch dafür hab ich auf die Nase gekriegt scheiß Karma das so weiter geht das so weiter geht brauche ich einen Schnaps lass es dir schmecken nein nein nicht schon wieder nicht schon wieder nein nicht schon wieder bereits noch das letzte Mal danke lach nicht war doch schön ja total vor allem der nächste Tag war wunderprächtig ich hab nix geschossen gekriegt ich hab nix geschossen gekriegt ne ich brauchst ja gar gleich nchen wo du hingst voll für was renn ich dann weiter keine Ahnung ich hab mir sogar das gesehen voll toll da guten Tag hallo hallo oh tschuldigung oh Melli tut sie schon nicht ich steh ich steh ich steh steh in die Ecke ich opfer mich jetzt nein ich bin beim Spielplatz Schwinger auf der Schaufel ganz allein müsste ich doch nicht schämen tue ich aber jetzt oh die kommt oh die kommt zu mir Madame Dieke ich habe schon wieder Ja, lange nicht gesehen. Ne, was wohl war. Oh, mein Genick. Muss ich meinen Rücken haben? Der ist noch besser als dein Genick. Das denkst du dir. Also mein Rücken ist schon mit zwei. Das ist mein Genick, das zieht ja bis zum Rücken alles runter. Na toll. Dann tausche ich nicht. Das zieht du in die Schilderblättern alles rein. Ja, lecker. Die kleine Miese. Der Gaste. Ich bin ein bisschen in Ruhe. Oh, wie geht's? Stopp, warte, Iris. Ach, du kleine Miese. Macht sie. Macht sie. Juhu. Ich hab's doch schweigert. Ne? Uiuiuiui. Da sind sie. Ich renn ums Mähn. Ums Mähn? Okay. Jaja, nachdem ich suche mich gerade noch... Die sitzt hinten da, wo dieser... äh... Garten... Dings da ist. Dieser Sommergarten. Jetzt rennen sie wieder beim Mähn vornab Confessor. Oh, Madame, please. Oh mein Gott, ich dachte, die hat nur... Also, wir sind nicht da, wo der Jenna ging, wir sind da, wo dieser Sommergarten-Dings da ist, also dieses Gartenhäuschen da. Okay, 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 dann weiß ich, wo ihr seid. Glaub ich. Na, da, wo dieses Gartenhäuschen ist. Oh, ich heiße. Ich bin ins Haus reingegangen. Bist du getrunken? Ein bisschen. Das merkt man. Oh, schön. Wo ist denn die Kate? Oh. Oh. Ich habe Aufmerksamkeit der Regen. Ich geh raus. Tschüss. Tschüss, Mutton. Tschüss. 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 Tschüss.